Ich hab... Ich hab Style und das Gelde. Ich hab diese Phasen, da will ich immer super gern schreien. Love is how we need. Love is how we need. Love is how we need. Team Gelb. Ja, hab ich gemacht. Dieses Team ist voll. Rosa! Pink, pink, pink. Geil! Geil, 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 geil! Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist die WCD und willkommen zu einer neuen Doppelwoche. Und zwar ist es Lucky Wars geworden. Und das erkennt ihr daran, dass hier Lucky Blocks sind. Die kann man abbauen und dann bekommt man Rüstung. Und wie immer ist natürlich die Sturmwaffel heute bei der neuen Runde Doppelwoche wieder mit dabei. Doppelwoche mit Izzy ist gut. Doppelwoche macht Spaß. Doppelwoche mit Izzy ist toll. Ja, das war gut. Hier, ich hab ein Dia-Schwert für dich. Ne, brauche ich nicht. Nimm du das mal. Hab auch schon, hab doppelt. Achso, dann nehme ich das. Ähm, da unten sind noch mehr Lucky Blockys oder nicht? Ja, genau. Und noch ne Kiste ist da auch. Boah, cool! Was hast du denn da alles? Ja, nimm mal. Hä, du hast die Erschwert gar nicht genommen. Hier sind... Doch hab ich... Ne, hab ich nicht. Okay. Hier. Danke. Ich geh mal zu den anderen. Mal gucken, was da drin ist. Cool, sehr nett. Also, Leute, mal kurz zur Beschreibung. Du hast zwei Dia-Schwerte? Für die Leute... Ich hab jetzt nicht mehr zwei. Ich hatte zwei, ja. Hä? Hä, was? Rede. Also, das ist Lucky Wars, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Man hat hier Diamanten unter anderem mit dabei. Ne, am Anfang kann man eigentlich so Kids wählen. Das ist so ein bisschen wie Sky Wars, nur mit Lucky Blöcken. Und am Anfang kann man Kids wählen. Damit meine ich nicht Kinder, sondern halt so... Ihr wisst schon, so verschiedene Stärken. Und ich weiß gar nicht, was bin ich denn... Was hab ich denn für ein Kid? Starter. Ich hab das Starter-Kit. Das ist ein Starter-Kit, genau. Geil, Leute. Das ist doch perfekt zu einer neuen Doppelwoche. Aber jetzt hängen wir hier die ganze Zeit rum und machen gar nicht so viel. Was brauchst du denn noch an Rüstung? Also, eigentlich gar nichts. Also, eigentlich brauch ich nur was, damit wir uns zu den Gegnern bauen können, oder? Love brauchst du? Love is... Love is... Love is... Love is... Hey, aber damit wir zu den Gegnern kommen... Du musst wissen, ich glaube, Sky Wars war meine allererste Folge... Meine allererste Doppelwoche. Sollen wir hier hin? Komm dann her. Ich baue grad einfach random ein bisschen Eisen ab. Und du? Ja, nee, nee, brauchen wir nicht. Ja, gut. Hast du Happy? Ich hab, äh... Ja. Cool. Ja, ich bin jetzt oben. Hallo? Ja, bisschen werd ich nehmen. Bisschen werd ich nehmen. Bisschen werd ich nehmen. Bisschen werd ich jetzt nehmen. Da sag ich doch nicht, ne. Da sag ich doch egal. Vorst du denn den ganzen Dirt hier, du kleiner Drecksspatz, hm? Ja, aus den Kists. Ja, da hab ich... Oh, guck mal, die haben einen Bow. Das ist nicht gut. Was? Die haben aber auch einen kleinen Dog. Warte, warte, aber erst mal... Oh, der Eingelber ist mir noch mal gefallen. Die anderen lackieren schon, ne? Ja, und dann... Jetzt gehen wir auch drauf und stauben ab. Okay, jetzt wird's staubig, jetzt wird's staubig. Staubig für Staubig. Oh. Haben wir. Ich hab alles bekommen. Ja, find ich gut. Äh, ähm... Sturmwaffel, was brauchst du? Vielleicht nen Helm oder... Magst vielleicht nen Steinschwert? Ansonsten kann ich dir noch... Ich hab das hier noch alles. ...steilend das Geld. Hier. Ich hab all das... Ja, und lass uns doch hier stehen und die ganze Zeit Sachen hin und her schmeißen. War da irgendwie ne Dia-Hose oder so dabei? Ja, hab ich an. Achso, ja, okay. Ne, behalt die auf jeden Fall. Aber nehm die mal, nehm die mal, weil dann haben wir ungefähr gleich viele Dia-Sachen. Dann haben wir gleich viel. Hier, ich hab ne Dia-Hose, die ist bestimmt von dir, ne? Ja, ja, genau. Hast du noch ne Hose? Ja, hier ist ne Goldhose. Ja, das ist geil. Ist fett, ne? Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Was hab ich denn hier? Wirfbare Trank der Heilung und Trank der Feuerresistenz. Fett. Was ist das? Erstmal gucken wir natürlich, ob diese alle Sachen abgebaut haben. Hier, ich hab zwei. Hier sind das noch ein Trank. Ich hab zwei Tränke der Feuerresistenz. Geil. Hast du Bock, dich jetzt ein bisschen weiter mit mir zu bauen? Ja, würd ich machen mit dir. Aber hier oben sind noch Blöcke, die vergessen nämlich alle immer. Oh, sind die blöd. Können wir Hundi mitnehmen? Oh ne, Hundi ist traurig. Der war ja, genau, der war ja ein anderer Hundi, ne? Ja. Also hier unten haben sie auf jeden Fall alles abgebaut. Dann check du da oben. Gut. Ich check grad oben. Ich hab hier noch paar Sachen. Hier ist ein Lava-Eimer. Boah, da kann ich besonders gut mit umgehen. Den sollte ich definitiv mitnehmen. Oh Gott, das wird schon tot für uns nicht gleich. So. Kleines Dümmelchen Lachen an der Seite drin, in der Ecke dran. Kleines Dümmelchen Lachen an der Seite drin. An der Ecke dran. Willkommen bei Commentating 2016. Hello, hello. Es ist Future Shit. Welcome to Future Shit Let's Play. Schaffis! Da würd ich da mal ganz kurz ausfallen hier. Ja, hier ist auch nix. Gehen wir weiter. Da vorne ist noch orange. Ja, die oben sind immer Blöcks noch bestimmt. Die haben die bestimmt auch vergessen. Die haben wir nicht. Echt? Ich geh auch mal gucken. Ich verschwende mal mein Glas, okay? Ja. Hey, das sind Emeralds. What? Ja, aber kannst nix draus machen. Warum kann ich damit keine Schwerte draus machen? Das ist ja nicht unser Lucky Block. Das ist ja ne Mod, die wir drauf haben. Ey, cool. Ich hab sowas von keine Ahnung. Schade eigentlich. Ich dachte wir können nicht mit den Emeralds das machen. Jetzt hab ich das Glas umsonst verschwendet. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben ja noch andere Sachen. Und wo ist jetzt hier oben? Wo sind die Lucky Löcke? Ganz oben? Ganz oben? Das sind ja nur im Headstart, was? Ne, hier ist nix hier oben. Ne, da ist auch nix mehr. Die haben die, glaube ich, gefunden. Oh, die sind ganz schön erfinderisch. Finderisch. Ja, das sind aber auch Finder, Nemo. Lol, krass Skandinavien-Style. So, komm. Skandinavien. Wegen Finne, weißt du? Alter, weißt du, woher das herkommt, alter Finne? Ja, wahrscheinlich aus Finnland. Ja. Ja, wie Heckingen. Heckingen. Der kommt doch auch aus Finnland, oder nicht? Die Hegel. Achtung, da kommt einer! Mit ner Angel! Ah! Ah! Oh, der hat echt ne Angel. Ja, der hat ne Angel. Der hat ne Angel. Was machen wir jetzt? Hab ich mal eingegeben, ne? Hab ich mal eingegeben? Sag ich mir. Alles gut. Versteh nicht. Sollen wir in die Mitte? Aber alles, was mich zu sein... Blockiert hat, findet nur im Head statt. Du bist ne ganz schöner Da DEDEDEM Fan, ne? Da DEDEM. Da DEDEDEM. Oh man, ich hab verzaubert und den, glaub ich, weggeworfen. Haltbarkeit eins, Schutz eins, ne, das ist besser. Ja, was geht da oben so? Weiß ich. Schöne Brise. Gehst du rüber zu den anderen? Ich probier' nochmal zu dem, aber ich glaub, ich bin immer noch zu nah an dem dran. Jetzt geht's jeder weg. Ja, dann lass hin. Ja, toll, weil er sich auch hochbaut. Nee, er geht auch nicht weg, ja. Also eigentlich, Leute, ihr könnt mir ja mal empfehlen, was ihr so meint, was denn so gute Kids wären am Anfang. Und ihr wisst ja, nenn ich Kinder, ne? Hahaha. Ich geb dir noch den, da kriegt man drei extra Lucky Blöcke am Anfang. Finde ich natürlich ganz spaßig. Der baut sich auch immer noch zu uns, ne? Ja, dann weg. Wir brauchen so eine Enderpearl, oder? Einfach ein TNT-Boost. Machst du? Soll ich machen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hä, ist das der einzige, der noch lebt? Nee, da ist noch irgendwo einer. Pass auf, pass auf, der kann ich, glaube ich, schon mit der Angel getten. Echt? Ja, der baut sich auf jeden Fall weiterhin. Ich flankier den einfach mal von der zweiten Seite. Ja. Weißt du? Der ist jetzt halt genauso hoch, ne? Ja. Wir können einfach unten jetzt, du kannst ja unten jetzt hingehen und ich oben. Ja, kann ich machen. Oder? Oder ist das dümmlich? Nee, alles richtig. Oh, dann ist nur ein Turm voller Hexen. Ein Hexen. Achtung, Achtung. Ja, 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 alles okay. Alles super. Oh. Der hat gerade hier schon eine Mauer gebaut. Oh. Was geht bei euch? Ah, der mit seinem Äubel die ganze Zeit. Uh. Uh. Au. Fischer, ein richtiger Fischer. Ähm, wir machen was. Du gehst unten lang. Oh, schaffst du, ne? Ich bin jetzt nach unten gegangen, ja. Okay, okay. Boah, hast du gesehen? Mit dem Wasser? Kein Schadenbekommen. Nee, hab ich nicht gesehen. Hast du nice gemacht, aber... Okay, du bist drüben. Ich lass mich einfach ködern. Oh, 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 ich seh schon die Ange... Ich glaub, er springt gleich runter. Ich glaub, er ist grad überfordert mit der Situation. Äh, aber... Er checkt dann, dass ich behind bin. Ja, ja, Achtung, Achtung, Angel. Oh, hat er gecheckt, ne? Äh. Aber ich komm auch die ganze Zeit immer ein Blöckchen näher. Gute, gute, gute Aktion waren wir hier. Ja, ja. Du bist ja ein jungweiliger Junge. Das ist unbekannt. Ich find's ganz lustig. Ich find's... Ui! Er dreht sich die ganze Zeit hin und her. Bald ist Martinsabend da. Warum denn Martins? Ja, weil... Schalalalala. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Er ist unten! Er kommt zu mir. Oh Gott, ich hab mega Damage bekommen jetzt gerade. Oh Gott, was mach ich? Ich geh einfach schnell. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh, er baut sich wieder hoch, er baut sich wieder hoch. Ja, nicht. Ups. Oh, das war ein bisschen scheiße gemacht von mir. Mh. Ich. Mach mal Feuerresistenz, kann ja nie schaden. So. Und jetzt geht's auf zu ihm. Boah, was ist das für eine Runde, Leute? Also tatsächlich, wir haben ja schon vieles erlebt in der Doppelwoche, ne? Das steht ja außer Frage. Aber das nicht. Aber sowas noch nie. Wirklich nicht. Also es gab am Anfang mal so ein bisschen die Phasen, wo sich alle mal so hochgebaut haben, am Ende von Bad Wars oder so. Aber das ist doch schon sehr rauszögerlich hier. Und wieso baue ich eigentlich diese Seite? Ich glaube, er ist wieder runter. Hab ihn. Hab ihn! Ist er down? Ja, ja, er ist runtergekommen. Ich mach jetzt auch Volldamage sterb! Oh Gott. Ja, also ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Das war ein Vorteil. Das war aber taktisch. Klug, was wir gemacht haben. Ja, es hat auch gar nicht lange gedauert. Ne, minima. Aber das ist ja die Spannung. Das ist ja ein Nervenfitzel. Ja, der Nerven. Hier ist ein 8,25 war Damage, äh, Schwert. Ja, hast du auch, glaube ich, oder? Ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob du es auch vielleicht hast. Hab ich auch, ja. Hast du mir gegeben? Ja, okay. Ich dachte, du kannst vielleicht noch eins gebrauchen, so Assassine-mäßig. Nee, aber ich hätte gerne zwei. Ja, okay. So, okay. Dann haben wir das jetzt alles. Das sind die Emeralds, mit denen wir nichts anfangen können. Was macht man denn da mit Emeralds? Handeln mit Villager. Ich hab eine krasse Sprungkraft, kann ich mir reinnudeln. Wie lange denn? Die ist nicht so krass. Nee, nee, nee. Aber die ist auch nicht so krass. Oh, komm mal, da hinten ist der letzte. Der ganz da hinten, ne? Der wartet nur auf uns, der Schlingel. Gehen wir doch rüber. Ja, komm. Das wird, das wird klasse. Er hat's, ich glaube, er hat's schon fast erfasst. Er hat's gerochen, den Braten, ne? Meinst du, der hat, wenn er einen Bogen hat, dann kann er dich zerstören jetzt, ne? Achtung. Aber hab ich... Der wartet nur auf uns. Und er hat einen Trank... Ah, da ist er. ...runtergeworfen. Das war auch... Ich baue mich mal wieder hoch. Wir machen mal wieder unsere Taktik, ja? Okay, komm. Zwei Taktiks. So, jetzt hat er schon keinen Bock mehr. Hey, jetzt gehen wir ja beide hoch. Oh Gott. Was war das? Er hat die Enderperle dagegen geworfen. Bin jetzt der tot, oder was? Ja, haben wir gewonnen. Ja, Leute. Bestes Team EU. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Wir haben wirklich alles rausgehauen, was man noch raushauen kann, würde ich mal sagen. Ich hab zum Start der Doppelwoche auf jeden Fall alle Skills rausgehauen. Wir sind gut abgegangen. Wenn ihr Bock habt auf die Doppelwoche, dann würde mich das mal interessieren. In den Kommentaren Lucky Wars ab. Jetzt natürlich wieder mit verschiedenen Gästen. Der startet natürlich mal wieder mit Smurf. Ich weiß nicht, wie oft das schon passiert ist. Der ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt, Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den mal abcheckt. Und ansonsten gehen dann die anderen Runden bestimmt auch mal... Die werden anders vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis, Leute. Take this, ihr nehmt das nicht zu ernst. Bis, Leute, dann.